Nett, dass Sie gekommen sind. Oh, Dankeschön, Mr. Burns. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich nicht. Ich kann deswegen nicht zum Baseboy. Sei still, Thorne. Aber bitte, bitte, keinen Streit. Gehen Sie in den Garten und lassen Sie es sich gut gehen. Schmeißen Sie ihn raus, Mithers. Ich möchte nicht, dass er mit seiner grässlichen Familie mein Picknick versaut. Bis zum Tautsehen ist er weg, Sir. Ausgezeichnet.